Was ist das Mittelschiff? Herzlich willkommen im Dom zu Speyer. Wir befinden uns hier im Mittelschiff, das wir betreten haben durch das im Westen gelegene Hauptportal. Und wir schauen gen Osten, gen aufgehende Sonne, das Symbol für die Auferstehung. Ja, und dieses Mittelschiff war im Mittelalter einer der größten Räume überhaupt. Und wenn wir unseren Blick schweifen lassen, dann sehen wir zwölf Pfeiler, rechts und links jeweils, zu den Seitenschiffen hin. Ja, und diese zwölf an sich, die Zahl zwölf, ist eine heilige Zahl. Sie ist mannigfach belegt in der Bibel. Das Bekannteste sind natürlich die zwölf Apostel, für die man diese Zahl auch hat. Ja, und wenn wir dann hier schauen, das Mittelschiff an sich, das Langhaus vom Eingang bis zur Absis, das sind 109 Meter in der Länge. Die Höhe des Mittelschiffs beträgt 33 Meter und die Breite 14 Meter. Ursprünglich war dieses Mittelschiff auch nicht überwölbt, wie wir es heute sehen, sondern es hatte entweder eine flache Balkendecke oder vielleicht auch einen offenen Dachstuhl, wie es viele norditalienische Kirchen auch hatten zu dieser Zeit. Wir wissen es eben leider nicht genau. Ja, und warum jetzt dieses Gewölbe? Es ist so, Heinrich IV., als er dann nach seinem Gang nach Canossa wieder in die Kirche aufgenommen war, kehrte er um 1080, 81 wieder hier nach Speyer zurück und hat diesen Dom in großen Teilen umbauen lassen, prächtiger gestalten lassen. Er wollte sicherlich auch seine neu gewonnene Herrschaft nochmal unterstützen durch diesen prächtigen Ausbau. Und dazu gehörte auch, dass er dieses Mittelschiff hat einwölben lassen, vermutlich um 1100. Ja, und um diese Einwölbung fertigzustellen, musste man in die Architektur des Doms an sich eingreifen. Ursprünglich sah jeder Pfeiler so aus, dass, wie hier rechts, dass es ein Pfeiler war mit einer Halbsäulenvorlage, die oben in einem romanischen Würfelkapitel endet. Ja, aber jeder zweite Pfeiler sieht nicht mehr so aus. Er hat eine Vorlage, eine Rechteckvorlage mit einer Halbsäulenvorlage, die oben in einem korinthischen Kapitel endet. Und wenn man hochschaut, sieht man, dass auf diesem korinthischen Kapitel der eigentliche Gurtbogen aufliegt, der die Gewölbekappe hält. Man musste also tatsächlich, um dieses Gewölbe zum Halten zu bringen, den Schub auffangen zu können, jeden zweiten Pfeiler verstärken und diesen Gurtbogen dort auflegen. Wenn man dann in die Seitenschiffe hineinschaut, sieht man, dass jeder Gewölbekappe im Mittelschiff zwei im Seitenschiff entsprechen. Das ist das sogenannte gebundene System, was man hier in Speyer das erste Mal in dieser Form so ausgeführt hat. Ja, und wir haben jetzt schon öfter den Himmel geschaut, zur Decke geschaut, zu den Gurtbögen. Und die Gurtbögen selbst sind auch nochmal unterschiedlich. Und das sieht man sehr schön, wenn wir mal ein Stück weit vorgehen hier im Mittelschiff. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Königskor am Ende des Mittelschiffs, sind diesen Treppenaufgang hinaufgegangen. Und von hier oben aus kann ich Ihnen nochmal viel genauer erklären, wie sich das mit Gurtbögen und Gewölbe verhält. Als Normalbesucher des Doms kommt man hier nicht hoch. Das ist hier der Bereich eigentlich, der den Geistlichen vorbehalten ist. Ja, und wenn wir dann nochmal hochschauen zu den Gurtbögen, sehen wir, dass die ersten zwei Gurtbögen tatsächlich verschieden, unterschiedlich aussehen zu den restlichen vier. Die ersten zwei sind gesetzt in hellem und dunklem Sandstein. Und das ist eigentlich typisch für die ersten zwei Bauten des Doms. Also dem ersten Bau, der eben 1061 geweiht wurde und dem zweiten veränderten Bau unter Heinrich dem vierten. Denn die saalischen Steinmetzer haben ihre Steine bezogen, hier von der Hart bzw. aus dem Raum Heidelberg. Und man hat dann sicherlich auch aus Gründen der Dekoration, des schönen Aussehens, diese Steine abwechselnd dann auch gesetzt, hell und dunkel. Aber ab dem dritten Gurtbogen fällt Ihnen auf, dass dieser Gurtbogen einheitlich nukleum roten Sandstein gefasst ist, wie die übrigen auch in Richtung Westportal. Das liegt daran, dass ja der Dom auch zu zwei Dritteln zerstört worden war. Beim sogenannten großen Stadtbrand 1689, der im Rahmen des Pfälzischen Erbfolgekrieges tatsächlich hier durch französische Truppen, Ludwigs XIV. gelegt worden war. Und das Mittelschiff des Doms ist eben zu großen Teilen dabei eingestürzt. Es sind eigentlich nur die vorderen zwei Joche hier, Gurtbögen, erhalten geblieben. Der übrige Teil des Mittelschiffs ist dann wieder aufgebaut worden, 70 Jahre circa nach der Zerstörung, durch Ignaz Franz Michael Neumann, der war maßgeblich daran beteiligt. Und da hat man dann die Steine nicht aus diesen Steinbrüchen bezogen, aus denen die saalischen Baumeistersee hatten, sondern aus dem Raum Bruchsal. Dort ist der Stein eher dunkelrot. Daher eben dann auch diese Unterschiede in der Farbgebung. So sehen wir dann auch hier im Dom, man sieht es ja auch außen an den Mauern, bis wohin tatsächlich dieser Bau stehen geblieben war und wo dann der Stadtbrand den Dom zerstört hat. Ja, wir stehen jetzt hier an der Vierung. Die Vierung, quasi das Ende des Mittelschiffs oder das Mittelschiff leitet in diese Vierung über. An die Vierung anschließend das Querhaus, was die Kreuzform des Doms dann auch wiedergibt. Und diese Vierung ist das siebte Gewölbe. Und sie steht, dieses siebte Gewölbe steht für den siebten Tag der Woche, der Tag der Sonntag, an dem geruht wurde. Und hier ist dann auch der Bischofsaltar bzw. Hauptaltar an diesem siebten Tag des Herrn. Und hier ist dann auch der Bischofsaltar und der Bischofsaltar und der Bischofsaltar. Und hier ist dann auch der Bischofsaltar und der Bischofsaltar und der Bischofsaltar.